Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play With In 2.de Asrael. Ja, endlich mal wieder ein Video von mir. Ich habe mir so eine kleine YouTube-Pause gegönnt. Ich wollte einfach mal so zocken, wie ich Bock drauf habe, weil wenn man so YouTube macht und so weiter, dann macht man viele Sachen, die man so eigentlich ingame gar nicht so machen würde. Dementsprechend habe ich einfach mal so vor mich hingezockt, habe sehr, sehr viel auf den neuen Kontinent durchgezogen. Da werdet ihr auch die ein oder anderen Fortschritte sehen, auch in der nächsten Folge noch sehr viel. Aber ich sage mal so, ja, da könnt ihr noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Wir haben aber noch von der letzten Folge eine andere Mission offen und die werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Let's go. So Leute, in der letzten Folge haben wir leider auf die Smuggies keine 50 AW bekommen, beziehungsweise überhaupt gar kein AW gesehen. Einmal kurz magischer Angriffswert, aber das war's. Ich habe hier jetzt nochmal 10 Segnungen gekauft, das sind über 1 KDR. 10 Switcher, über 1 KDR. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt wenigstens irgendwie 20 oder 30 AW bekommen. Zumindest mal sehen. Komm schon, Junge. Dritter Bonus, geil. Erster hinzugefügte Bonis plus 8%. Das braucht man definitiv gar nicht. Magischer Angriffswert plus 5. Plus 5. Keine Ahnung, dieses dritter Bonus plus 8% und so ein Kram, das ist halt... Ich dachte gerade. TP 50. Komm schon, Junge. Mach doch nicht so eine Faxen, ey. 350 TP. MP Giftwiderstand. Blut. Ich weiß nicht, Leute. Über 1 KDR und ich hab nix. Null. Nada. Kurzer Cut. So, Leute. Wir befinden uns auf Map 1 und wir werden was machen, was wir eigentlich schon mal gemacht haben. Die OG-Zuschauer, die wissen auf jeden Fall, dass ich mal einen Eistalisman hatte, der sehr viel höher war. Wir brauchen jetzt aber 9 und zwar werde ich... Ja, plus 4 ist ja gar kein Ding. Ich werde aber auch noch mit Schmiede versuchen, das einfach mal plus 5 zu machen. Schauen wir einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Äh, ja, wie gesagt, plus 4 ist halt gar kein Problem. Da machen wir dann einfach mit den Schriftrollen des Krieges. Ach, ich bin so ein Followers. Ach, du meine Güte. Ja, Mathe war nicht so mein Ding. Ich muss jetzt erst nochmal ganz kurz ein Eistalisman besorgen. Kurzer Cut. So, Leute. Die letzten Signungen. 400 TP. Geil. 250 TP. Noch besser. 300 TP. Hey. 14 hinzugefügte Boni plus 10%. Geil. Dann habe ich 11 Orks. Magischer Angriffswert. Natürlich magischer Angriffswert. Küss mir die Füße. Nochmal magischer Angriffswert. Ey. Nicht schlecht. Die Signungen waren ja fast schon gut, würde ich sagen, wa? Kappa. So, Leute. Da habe ich mal ganz flott noch einen Eistalisman geholt. Aus meinem Lager, wo die 2000 anderen sind. Kappa. Und, ja. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal auf 5. Du bist jung. Uh. Plus 5. Nice Sache. Das lassen wir so tatsächlich erstmal. Ich glaube, weiter würde es da ein bisschen teuer, dann einfach mal so versuchen, einen Schmiede drauf zu ziehen. Von daher, ähm, bonieren wir das Ganze jetzt erstmal. Wo ist Quack. So. Mach keine Faxen hin. Aha. Okay. Ähm. Dann machen wir noch die Segenskugel drauf. Ah. Habe ich schon. Okay. Dann müssen wir jetzt da nur noch 25 Eiswiderstand drauf bekommen. Ist doch eigentlich gar kein Problem. Leute, ich hatte es in der Pipi. Ich sage es euch. Ich habe mir gedacht, so oldschool Vibes. Ich drehe jetzt nochmal. Mach aber keine Aufnahme an. Und was passiert? 35 Angriffswert. Ist keine 50. Aber ich bin mehr als zufrieden. weil da sind so viele Segnungen bei rum drauf gegangen. Also, das muss langen. Das muss für, keine Ahnung, eigentlich 50 Equipment-Teile langen. Ach. 35 Angriffswert. Let's go. Kurzer Cut. Ja, Leute. Neben neuer Kontinent, neben neuer Talisman, neben Segnungen verschwenden, sehr viele Segnungen verschwenden, habe ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich sehe gerade, da ist der Weltenboss gespawnt. Da bin ich natürlich direkt mal hingesprungen. Ähm, ja, Weltenboss und so weiter nehme ich eigentlich regelmäßig mit. Für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, im Endeffekt musst du Damage drauf machen. Mindestens 60.000. Wenn du das gemacht hast, kriegst du Belohnungen. Die Top 10 kriegt bessere Belohnungen. 11 bis 20 kriegt nochmal Belohnungen. Und das misse ich halt daran, wer wie viel Damage da gemacht hat. Ähm, von daher, die eine oder andere Tigermünze habe ich auf jeden Fall mal gefahnt. Wir können gerne mal nächste Folge den Tigermünzen-Shop ein bisschen durchstöbern. Und ich sage euch so, was ich mir vorgenommen habe, äh, zu erreichen. Und, ja, so viel gibt es dann gar nicht mehr zu erzählen. Wir müssen natürlich noch den einen oder anderen 6. und 7. Boni switchen. Das werdet ihr die nächsten Folgen übersehen. Aber der Eistalisman noch, äh, ja, da könnt ihr euch auch was freuen. Oh Mann, ey, let's go. So Leute, 12 Switcher. Ich hoffe, dass das langen wird. Erstmal 25 Eiswiderstand würde mir langen. So, 20 Dunkelheit. Ne, das brauche ich nicht. 20 Eiswiderstand ist leider zu wenig. Ähm, ja, muss ich auch weitermachen. Dann haben wir hier 25 Eiswiderstand. Naja, aber wir gehen in die richtige Richtung. Warum kriege ich denn hier zweimal? Ah, nee, ich dachte gegen Halbmännchen. Das, ah, nee. Das brauchen wir alles gerade gar nicht. So, dann. 20 Dunkelheit. Warum kriege ich denn hier permanent 20 drauf? Komm schon, Junge. 30 Insekten, 20 Dunkelheit. Ah, ich muss nochmal neue kaufen. Gigi. So Leute, jetzt aber. Jetzt will ich hier die 25 Eis drauf haben. Und fangen an mit Ohnmacht, Insekten, 25 Dunkelheit. Ja, wenn das mal Eis. Dat wär mal wat nettes. So. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich habe jetzt schon viel zu viel auf diesen Talisman verswitcht. Ähm, ich werde jetzt erstmal 20 Eis, 20 Erd lassen mit 4 Verteidigungen oder zu. Keine Ahnung. Eigentlich bin ich damit null zufrieden. Aber ihr wollt nicht wissen, wie viele Switcher ich da jetzt schon drauf gezogen habe. Also, das kommt ja schon ans Game ran. Also, what the fuck, wie viele Switcher habe ich da drauf verballert? Und ich habe kein einziges Mal natürlich auf einen Eistalisman Eiswiderstand bekommen. 25 Prozent zumindest. Also, Dunkelheit, Erdwiderstand, keine Ahnung, wie auf 25. Aber Eis? Nö. Nö, nö, nö. Und das soll es mal wieder für das Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Die nächste Folge, äh, richtiges Let's Play, wird dann, denke ich, wieder Richtung Mittwoch kommen. An Sonntag habe ich mal was geplant, was ich so, glaube ich, noch nie gemacht habe. Aber ich könnte mir das sehr, sehr cool vorstellen. Von daher, könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denn, Grüße, Fossi.